Die Seago Modelle von Detlef stehen seit jeher für ein modernes und frisches Design und natürlich, dass sie besonders leicht sind. Sie bekommen jetzt noch mal Zuwachs von den Seago Up-Modellen und das Besondere an diesen Fahrzeugen ist, dass wir hier über der Sitzgruppe ein großes Hubbett von 2m x 1,45m haben. Der Caravan, der jetzt hinter uns ist in dieser Baureihe, hat bis zu sieben Schlafplätze. Einmal auf der rechten Seite ein schönes Stockbett und eine Ecke für die Kinder zum Spielen und vorne, wie gesagt, gibt es dann noch mal das große Hubbett über der Sitzgruppe. Im Moment Die Seago Modelle von Detlef stehen seit jeher für die Kinder zum Beispiel mit der Sitzgruppe. Im Moment Im Moment Im Moment Im Moment Im Moment Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier haben wir nochmal eine zweite Variante des ZIGO Up, nämlich der 465KR. Der ist 70 Zentimeter kürzer und hat vorne im Bug ein Stockbett. Das untere Stockbett kann man dann nochmal hochklappen. Dann hätten wir hier zusätzlichen Stauraum, beispielsweise für Fahrräder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017